Du arbeitest zu viel. Sicher, das tun wir ja alle hierzuland, bis es einmal reißt. Und dann wundern sie sich unsere braven Geschworenen, wenn einer zur Axt greift. Ordner Schwarz, Etikette Weiß, sehr gewissenhaft, sehr gewissenhaft. Sein Leben war Arbeit, Arbeit und Pflichterfüllung. Ein Mensch ohne Ehrgeiz, Scheu und Arbeit sah, ein geradezu vorbildlicher Angestellter. Es gibt Augenblicke, wo man sich wundert über alle, die keine Axt erbreiten. Darum haben sie diese Axt in die Hand gelangen, als sie von dem besagten Ort kamen. Ich weiß es nie. Das ist das Idee. Und wir anderen sind der Traum davon. Ich habe keine andere Wahl, als die Macht zu ergreifen. Trotzdem ist eine Rebellion entstanden, auch in unserem Land. Im Zeichen der Axt, geführt von einem Irrsinnigen, der von nichts zurücksteckt. Ich sage, noch sind wir die Herren der Lage.